Hi und Hi! Na, wie geht's euch heute? Wir fahren heute nach Köln, zu der Wiedelsee und ja, wir fahren mit der Bahn, meine Freunde und ich und der erste Schatz ist Köln. Ne, Koblenz Hauptbahnhof. Jetzt! Sag mal Hi! Sag mal Hi! Gute, hast du Latschen? Gute! Das sind die vier, die mit mir fahren. Yay! Voll wieder! Und ja, erste Station Koblenz, zweite Station Köln. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind gleich drin und ja, sind noch alle zusammen. Ja, wir haben es an noch. Ich hab auch schön gekauft hier und ja, ab mal schwein. Was gibt's denn, hast du sowas wie ein Traumvideo, was du gerne mal drehen würdest, wozu es noch nicht gekommen ist tatsächlich? Ähm, ein Traumvideo hab ich so eigentlich nicht, würde ich sagen. Und mit irgendeinem YouTuber, mit dem du gerne mal arbeiten würdest? Ich würde generell sehr gerne mit amerikanischen Büchern arbeiten. Einfach weil die Mentalität da so einfach zu meiner passt. Und das wäre einfach so ein spannendes Erlebnis zu machen. Also in Amerika Friedkommel zu machen beispielsweise, das würde man ganz. Ja, was sagst du, guckst du viel? Ähm, ich kenne fast ausschließlich nur amerikanische Bücher. Genau, ich kenne nur einige deutsche Bücher. Das ist mein Freund jetzt, das ist der einzigste, das ist die andere Lüge. Ja, jetzt sind wir gerade hier in der Menschenmenge. Ich habe noch ein Multiblocking gemacht. Das heißt, sechs gespiegene Kameras noch einmal gefilmt. Und ja, jetzt gehen wir halt mal weiter und gucken, was passiert. Na, ihr? Wir sind jetzt gerade nach Hause am Fahren. Und ja, normal eigentlich. Ab nach Hause, morgen geht's weiter. Ja. 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 Ja.